Hier sind die Spannungen da unten, ja genau, da schalten wir diesen Hebel auf 20, weil maximal 20 Volt in der Schule haben wir nicht mehr und dieser Balken bedeutet Gleichspannung da unten, wenn wir Wechselspannung hätten, würden wir da hinschalten, aber jetzt haben wir Gleichspannung und dann stecken wir ein Kabel hier bei COM an und ein Kabel hier bei Volt, also nicht diese 10 Ampere, sondern wir sind ja bei Spannung, also da bei Volt. Und jetzt können wir dieses Kabel, wir wollen zum Beispiel Glühbirne messen, dann einmal links und einmal rechts hier von der Glühbirne und dann haben wir die Spannung, die Spannung ist immer zwischen zwei Punkten, zwischen Punkt A und Punkt B, wir können aber da ganz beliebig, also mich interessiert auch die andere Glühbirne, also jetzt hier kann man nichts verkehrt machen, man kann die Spannung zwischen diesem Punkt und diesem Punkt und immer zwischen zwei Punkten, Spannung messen, hier erscheint alles zwischen 0 und 20, ist logisch.